Dr. Keele, was ist denn das Besondere an der Natura Akademie? Weshalb sollte man dann hier bei Ihnen die Ausbildung durchlaufen? Also eine sehr ideale, schöne Umgebung hier in Laos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich auch als Dozent sehr wohl, ein tolles Dozententeam, tolle Leitung. Und wir haben natürlich professionelle Dozenten hier, muss man ganz ehrlich sagen, von der Ausbildung her. Ich selber habe Theologie und Philosophie studiert und auch Pädagogik, habe auch jahrelang an der Schule gearbeitet als Lehrer. Von der Seite her kann ich da auch einiges anbieten, kann die Schule auch einiges anbieten. Wir sind sehr praxisorientiert in unseren Unterrichten. Das ist mir auch sehr wichtig, weil es geht ja auch um einen praktischen Beruf später. Und genau, wir haben kleine Gruppen, wir können intensiv arbeiten, sodass sie perfekt und ideal vorbereitet werden auf die Amtsarztprüfung und auch später für den interessanten Beruf des psychotherapeutischen Heilpraktikers. Vielen Dank für's Zuschauen.